Ich werde bald ein Heilmittel haben, Bürger. Habt Geduld. Wo ist die Botschafterin der Elfen? Ich weiß es nicht, Bürger. Sie hat euch aufgesucht. Ah ja, ich erinnere mich. Sie wollte mir helfen, ein Heilmittel gegen die Seuche zu finden. Sie zog aus, um eine Schlangennessel zu suchen. Ein sehr seltenes Kraut, das vielleicht ein Heilmittel sein könnte. Aber sie kam nie zurück. Also ist sie dort, wo dieses Kraut zu finden ist? Sucht danach, wenn ihr wollt. Aber ich fürchte, es ist sinnlos. Was soll's? Es ist die einzige Spur, die ich habe. Es wird doch jemanden in dieser Stadt geben, der weiß, wo dieses Kraut wächst. Vielleicht wissen die Meister der Gilden mehr.